Und dann Moinzen zum Preview-Podcast vor dem Spiel in Hannover am Samstag um, Gottes Willen, 13 Uhr genau, 13 Uhr, da vertausche ich es immer, 13 Uhr, 13, 30, sonntags, da vertausche ich es immer. Aber wir spielen in Hannover, ich habe ja schon sehr viel über das, oder auch schon einiges, glaube ich, sogar schon vorweggenommen oder auch schon im Hannover-Spiel auf jeden Fall geredet, in dem etwas längeren Review-Podcast nach dem Spiel in Sandhausen, nach dem Spiel in Darmstadt natürlich. Wir sind gerade dritter, punktlich mit dem HSV, der HSV hat halt immer noch 11 Tore mehr, oder ist 11 Tore besser quasi, Bielefeld ebenso, aber die haben auch noch 4 Punkte mehr. Heineim drunter, mit ähnlichem Torverhältnis, ein Tor besser, 27 Punkte haben sie, und dann Osnabrück mit 26 hat 2 Tore besser, und dann kommen Teams mit schlechteren Torverhältnis, Aue 26, Fürth 25 und so weiter runter. Torverhältnis, Hannover ist auf Platz 14 mit 20 Punkten. Also die sind, ja, die haben schon einen Trainerwechsel hinter sich, die sind nicht so wirklich gut drauf, eine komplett inkonstante Mannschaft, ich habe es nicht gesehen, aber viele haben gesagt, dass Hannover in Bochum richtig, richtig scheiße gespielt hat. Dann gewinnen die halt einfach die Woche davor zu Hause gegen Aue, die da jetzt da oben mitmischen, habe ich ja gerade auf Platz 6 genannt sogar, noch als Konkurrenten quasi, um die Aufstiegsplätze, oder jetzt halt aktuell um Platz 3. Davor hat Hannover dann in Pauli gewonnen, davor verlieren sie zu Hause gegen Darmstadt und sowas, komplett inkonstant, du weißt nicht, was du von Hannover erwarten kannst oder musst, und das macht die ganze Geschichte extrem gefährlich. In Hannover haben wir uns sowieso irgendwie gefühlt nie gut geschlagen. Ich erinnere nur mal an das Korkut aus. Letzte Saison, nach diesem absoluten Trauerauftritt in Hannover, das, ja, von Spieltagen her, frühe Korkut aus, dann haben wir auch in der Aufstiegssaison einmal in Hannover verloren, am vorletzten Spieltag, was natürlich nichts mehr dazu getan hat, aber es war auch wieder so ein prestigeträchtiges Spiel. Quasi die zwei Top-Teams der Liga und wir verlieren beide Spiele, das haben wir ja auch verloren, mit 1 zu 2. Und dann auch in der 17-18-Saison haben wir auch nur 1-1 gespielt in Hannover. Das war zu der Zeit, irgendwann als wir das 2-1 in Dortmund zu Hause gerufen haben, also eigentlich in der Phase, wo wir echt auch von Ergebnissen her gescheit unterwegs waren, eigentlich einen kurzen Push hätten. Und selbst da hast du es nicht hinbekommen, in Hannover zu gewinnen. Ich gehe mal so durchschauen. Du hast 3-1 verloren, du hast 1-1, 1 zu Dingsen, dann hast du tatsächlich mal einen Sieg in Hannover, da hast du einen Unschieden, 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 Hannover Sieg, Hannover Sieg, Hannover Sieg, Unschieden, 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 tatsächlich mal einen Sieg, Unschieden, Unschieden. Ja, also auf jeden Fall jetzt, auf jeden Fall, wenn ich hier wieder auf fußballdaten.de gucke, beste Webseite für Statistik-Talk, den ich ja gerne mal raushaue, in letzter Zeit schaue, dann haben wir seit Ewigkeiten nicht mehr in Hannover gewonnen. Wann war es das letzte Mal in Hannover? Was ich jetzt hier gerade auf den ersten Blick überschauen kann, 2-15, okay. Das war in der 15-16-Saison, also in der Abstiegssaison tatsächlich in Hannover gewonnen. Und danach verloren, Unschieden und verloren. Und auch zu Hause in Hannover ist irgendwie so eine Mannschaft so, boah, gegen die, keine Ahnung, sehen wir einfach allgemein nie wirklich gut aus. Deswegen habe ich auch, um ehrlich zu sein, kein gutes Gefühl bei dem Ding am Samstag. Ich sehe es nicht, dass wir es verlieren, aber ich sehe es auch nicht, dass wir es gewinnen. Ich sehe es wieder ähnlich wie so ein Darmstadt-Spiel, wo es dann so ein, ja, typischer VfB-Spielverlauf wird. Und du hast wieder Ballbesitz, Level over 9000, kriegst mit dem ersten Gegenzug von Hannover, mit dem ersten Angriff von Hannover, direkt das 1-0 vermutlich. Danach kann es schon hinterherlaufen und danach ist auch die, spätestens danach ist die Weiterspielweise quasi aufgeklärt von Hannover. Dann wissen sie, was abgeht, haben sich darauf eingestellt und verwalten das Ding. Und dann geht es vielleicht noch 1-1 aus, weil wir irgendwie schon noch unsere Bude machen, hoffentlich. So, wenn man jetzt ein ganz ehrlicher VfB-Fan ist, muss man mit sowas halt rechnen, mit so einem Spielverlauf. Ähnlich halt wie in Darmstadt, ne. Wenn man halt natürlich eine bessere Tor-Ausbeut hat, da habe ich auch später noch ein paar Zitate am Start jetzt diesmal. Richtige Vorberichterstattung, nicht nur meiner Meinung, sondern auch ein paar Zitate von Twitter und offiziellen Spielern. Und dann kommt auch Kempf zurück. Mal gucken, was das dann für einen Unterschied macht, wenn der Kempf spielt statt dem Philips. Vermutlich dann wieder Kempf und Badstuber, wenn der Käpt'n zurück ist. Mal gucken, ob es dann irgendwie defensiv auch was hilft. Philips war nicht schlecht, aber hat sich auch bei dem Tor zum Beispiel schon ziemlich leicht abkochen lassen beim 1-0 von Darmstadt. Muss man schon sagen. Und dann gehen wir uns hier mal ein paar Sachen durch. Ich suche gerade die quasi Chronologie auf hier. Hier genau, es sind halt alles so Transfermarkt.de und Twitter und sonst was Quellen, ne. Aber anscheinend hat es ja, wie gesagt, das ist ja glaube ich schon bekannt, dass es zwischen Mislidat und Walter vor dem KSC-Spiel anscheinend gekracht haben soll. Anscheinend soll durchgesickert sein, dass Walter nicht mehr lange zu halten sein sollte. Das ist in der Halbzeitpause beim Darmstadt, spiege ich jetzt mal davon aus. Dass anscheinend zwischen Trainer und Führungsspielern ordentlich die Fetzen geflogen sind bezüglich Taktik und so weiter. Und auf dem Feld dann zwischen Walter und Badstuber hat es dann so heftig gekracht, dass Badstuber sofort in die Kabine verschwunden ist, ohne noch halt diesen typischen obligatorischen Gang von dem Fanblock anzudrehen mit dem Rest der Truppe. Wo ja auch, habe ich von einem Twitter-Kollegen bekommen oder halt zugeschickt bekommen per Direktnachricht, richtige Aussprache gab. Also was siehst du ja auf Sky eigentlich nicht mehr. Das ist ja gefühlt, Spiel vorbei, okay, fünf Minuten später ist dann quasi Übertragung vorbei. Weil scheißt ja Sky irgendwie, vor allem auch mit der Konferenz und so, scheißt ja Sky mal so dermaßen auf die zweite Liga mittlerweile. Das ist ja abartig, um sich da irgendwelche Kosten zu sparen für Kommentatoren, bla bla bla. Was weiß ich, auf jeden Fall ist das gefühlt nicht mehr mehr als das Spiel, gefühlt nicht mehr mehr Interviews. Außer natürlich das geile Interview von Gomez am Ende. Das kam natürlich noch, das war auch richtig geil, wo er dann die Videobeweise und sowas zerfetzt hat. Das habe ich ja schon angesprochen im Review-Podcast. Wie gesagt, stimmt, diese Direktnachrichten da, wo ich gerade drauf eingehen. Da sind sich auch die Spieler richtig quasi in die Kurve reingelaufen und haben sich was anhören lassen und haben, so wie es aussah, quasi diskutiert oder halt geredet darüber. Und dann gab es noch ein bisschen Aufmunterung. Also am Anfang war es so ein bisschen eher negativ, jetzt nicht laute Pfiff oder sowas, aber negativ. Und am Ende nach den Gesprächen Aufmunterung, das Geklatsche quasi. Mal gucken. Immerhin scheinbar ein bisschen Fanaustausch am Start. Und dann, genau, Gomez hat sich ja auch schon, hat sich anscheinend dann am Zaun sich sehr negativ über die Taktik von Walter geäußert. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er es damit mal in einem Zaun, weil Gomez war auch einer der Leute, der am Zaun, an der Fan, am Fanblog in, also dem Auswärts-Fanblog des VfB in Darmstadt stand. Ganz mal mit dabei, wir reden vermutlich von dem Ding. Er hat anscheinend auch schon vor zwei Wochen bei dem Fanclub-Besuch gesagt, dass er die Taktik nicht so geil ist. Also, ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, wenn ich ehrlich bin, weil es sind ja auch dieselben Führungsleute, die uns in die zweite Liga gebracht haben. Und wenn die wieder irgendwie anfangen, irgendwelche Trainer rauszumobben, so wie auch den Weinzierl, klar, der hat auch nicht viele Ergebnisse geliefert, klar. Aber das, was er in Augsburg da abgegangen ist, war ich ja live vor Ort. Das war eine absolute Arbeitsverweigerung und eigentlich charakterlich sowas von unsagbar bedeppert. Das ist ja der helle Wahnsinn gewesen. Wenn es jetzt wieder anfangen, dass irgendwelche Badstubers und Gomez der Welt dann anfangen, ihre großen Namen und großen Rollen in so einem jungen Team quasi auszunutzen und dann darüber zu entscheiden. Die haben nicht darüber zu entscheiden, ob der Trainer rausfliegt oder mit was von der Taktik er spielt, wenn das alles konstruktiv ist, der Trainer das okay findet und dass es keinen Zoff gibt und das alles quasi so ein positives gegenseitig anbrüllen und kurz sagen, was Sache ist, dann im Endeffekt ist mehr als Kritik und das dann so eine positive Wirkung erzielt. So ein Aufschwung, so okay, das haben wir mal ausgeklärt, ihr findet das scheiße, wir findet das scheiße, wir setzen uns ran, wir ändern das gemeinsam. Das weiß man halt nicht, aber das ist ja leider immer noch der Fall, dass die Spieler, das wird auch immer so bleiben, rein logisch wird es immer so bleiben, dass du halt nicht elf Spiele ersetzen kannst, sondern halt locker mal einfach einen Trainer, einen Sportverstand, einen Präsidenten, ist alles viel einfacher rauszuschmeißen oder rauszumobben als elf Spieler. Deswegen werden die immer, ja, immer leider auch einen großen Einfluss darauf haben, auf Trainerentscheidungen und so weiter und das hat man beim Weizen gesehen, weil das war die absolut pure Arbeitsverweigerung damals in Augsburg. Und halt auch, klar, der Trainer hat es auch verkackt, den hätten wir auch damals schon nach Nürnberg und sowas rauswerfen können, die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Auch als die Einstellung des Teams gestimmt hat, haben die Ergebnisse nicht gestimmt. Aber man kann die halt auch nicht von der Schuld freisprechen, was sowas angeht. Nur das zu dem Thema. Dann gucken wir mal, genau, Missländer hat gesagt, grundsätzlich ist ein Auswärtspunkt ist schon was wert, aber wir hätten heute eine gute Chance gehabt, am HSV vorbeizuziehen. Und sovon haben wir unser Tagesziel nicht erreicht. Platz 3 ist nicht der Platz, mit dem wir uns zufrieden geben wollen. Wir haben viele Herausforderungen, Hausaufgaben für die Rückrunde. Tim Walter spielt unsere absolute Rückendeckung. Ja, wie viel man dem Glauben schenken kann, ist die andere Sache. Und der Walter hat noch in der Sportbindung gesagt, von Art und Weise, wie wir spielen, bin ich überzeugt, aber ich muss mich ständig entwickeln. Wenn Dinge nicht funktionieren, ändere ich sie. Das kann eine zusätzliche Absicherung sein oder auch eine tiefer stehende Abwehrkette. Von Ball bis jetzt möchte ich aber nicht wegkommen. Ich will aktiv sein. Gut, das ist ja relativ, ob man es positiv oder negativ auslegen will, auf jeden Fall ein etwas sturer Trainer ist. Aber mal gucken. Wir haben es ja auch schon gesehen, dass es auch Änderungen erinnert. Alter, jetzt spaßt es ja richtig ab. Er ändert ja öfter seine Aufstellungen und Leute, die er bringt. Und auch das beste Beispiel war das Spiel in Hamburg, drei Tage später, wo er es geändert hat. Und zack, haben wir andere Mentalität an den Tag gelegt und haben gewonnen und so weiter im Pokal. Aber ja, da hat jeder seine eigene Meinung, glaube ich, ob Walter genug ändert mit der Spielweise und so weiter. Aber das klingt ja eher jetzt mal danach, als würde Walter bleiben. Auch das, was er Badstube danach, oder wann war es? 18. Dezember, also am Dienstag? Ne. Am Mittwoch gepostet hat. Zusammen die Fehler abstellen, zusammenarbeiten, zusammen wieder gewinnen. Also gut, ist das halt die große Frage, ob der VfB sagt, ja, Junge, da gingen Gerüchte um, dass du mit dem Walter rumgeschrieben hast. Jetzt packst du mal was online, was komplett dagegen geht, damit du wieder im guten Licht dastehst und damit das hier alles einen besseren Eindruck macht. Weiß man halt nie, weil er jetzt da wirklich dahinter steckt, wenn es Badstuber selber war, der sowas macht, dann war es ja vielleicht ein positives Aneinandergehen von Dickköpfen, ist der Badstuber mit 1000% auch. Haben halt einfach schon eine gefestigte Meinung nach vielen langen Jahren. Profifußball, haben sie den Namen gemacht. Wenn das so stimmt, dann ist es ein guter Ansatz, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt der Spielstil auch nicht hundertprozentig, aber es ist quasi gerade gleichgewichtet bei mir. Also ich habe genauso wenig Bock drauf, vom VfB irgendwie mit diesem langweiligen und hergeschiebe und ständig nur Chancenwucher, aber halt keine Ergebnisse zu sehen. Aber genauso scheiße, ebenwürdig scheiße, fände ich schon wieder einen Trainer rauszuschmeißen seit sechs Monaten. Vor allem, vielleicht bin ich da ein bisschen exklusiv quasi mit der Meinung, aber vor allem in der zweiten Liga brauchst du auf Platz drei deinen Trainer nicht nach sechs Monaten rauszuschmeißen. Denn immer noch, darf man einfach nicht vergessen, klar, nach sechs Monaten kann man auch schon mehr Entwicklung sehen quasi, aber du hast immer noch, ich glaube, gefühlt 18, 19 Leute verkauft und 18, 19 neue Leute geholt, neues Team, du hast einen neuen Trainer, gefühlt komplett neu aufgestellt, der Verein hat auch einen neuen Präsidenten gewählt, du hast eine neue Spielweise, die du implementieren willst, wenn es so richtig ausgesprochen war, ich hoffe jetzt einfach mal. Und das geht halt auch nicht so schnell, natürlich soll es in den Sinken schneller gehen, damit wir da oben halt langsam mal auf eins und zwei uns festigen und nicht auf drei, weil Relegation am Ende will ich glaube keine Sau. Aber dann kannst du, ich denke in der zweiten Liga werden wir auch mit Tim Walter, auch wenn wir diesen selben Stiefel weiterhin spielen, werden wir die Ergebnisse holen, weil so Teams wie Bielefeld und sowas werden da oben wieder runterfallen, die halten das nicht auf Ewigkeiten durch und auch so, wenn wir so weiterspielen, werden Hamburg und ich denke ich immer noch relativ, Hamburg und ich, Hamburg und Stuttgart immer noch relativ sicher als eins und zwei aufsteigen und dann kannst du ihm mal zwölf Monate geben und dann kannst du gucken, ob du dann merkst, okay, da hat es wirklich was entwickelt, jetzt klappt es, vielleicht muss ich ihm einfach nur mehr Zeit geben und dann guckst du, ob du dann meinst, das klappt in der Bundesliga oder nicht. Aber ich denke, man kann das in der zweiten Liga riskieren, den nicht nach sechs Monaten rauszuschmeißen, sondern einfach dem die komplette Sessor zu geben, weil ich denke, egal wie wir spielen, ganz doof gesagt, egal wie wir spielen, und wir werden schon irgendwie aufsteigen. Ob es jetzt schön wird oder nicht, ist die andere Frage, aber wir werden schon irgendwie aufsteigen. Deswegen wäre ich jetzt auch kein Fan davon, den rauszuschmeißen, vor allem wenn man irgendwelche Gerüchte liest von Kiel und Köln unter Sandro Schwarz, Markus Anfang heißt er genau und Sandro Schwarz von Mainz damals, ich weiß nicht, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre wirklich, ich habe ja schon öfter gesagt, ein Willig, aber das sehe ich einfach auch nicht, dass der sich schon wieder von der U19 losreißen lässt und jetzt so ein ganz verrücktes Gerücht, aber machen sie hoffentlich sowieso nicht so schnell bei Bremen, aber der Kofel zum Beispiel wäre so einer, den ich nehmen würde, beispielsweise, wenn du ums Verrecken jetzt den Trainer rausschmeißen musst, dann würde ich so einnehmen, aber nicht Schwarz oder sonst was oder Heiko Herrlich oder was war es noch, Jan Sievert, also nee, sorry, aber dann behälste deinen Trainer bitte bei, wenn du solche Gerüchte sonst hast. Dann kommen wir noch zu dem Interessantesten, finde ich, Zitat von Walter nach dem Spiel, das Einzige, was konstant ist, ist unsere schlechte Chancenverwertung. Wer die Chancen gesehen hat von Mario Gomez oder Philipp Förster, wenn ich 10 Meter vom Tor frei zum Schluss komme oder der dann beim Abpraller vom Pfosten das leere Tor nicht, oder dann beim Abpraller vom Pfosten das leere Tor nicht treffe, ich glaube, dass andere Spieler und Stürmer das Tor gemacht hätten. Das ist jetzt die große Frage, das ist immerhin mal richtige Kritik an den Spielern, aber muss das öffentlich geschehen? Mich stört es nicht großartig, aber muss das so öffentlich, Mensch, klar, intern hat er es bestimmt auch angesprochen, man muss das so öffentlich rausposaunen, so das Gefühl, damit schiebt er quasi das so ein bisschen vor seine eigenen Trainerdiskussionen, aber was wollt ihr von mir, wir haben doch genügend Chancen, wir machen es ja noch nicht, Beispiele hier, zack, 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 und er hat halt recht, deswegen finde ich es auch okay, dass er es sagt. In Darmstadt auch wieder, hätten wir das Spiel am Ende gewonnen, da hätte ich so Schuss vom Förster an den Pfosten oder sowas, oder als Karsberg hätte, bei als Karsberg der Ball rein, wäre nicht dieser andere Diode da einfach reingesprungen von Darmstadt, hätten wir das Spiel da gewonnen und keiner hätte sie beschweren können, weil wir es verdient gewonnen hätten. Vielleicht musst du dann einfach nochmal dann quasi anzweifeln oder kritisieren, dass du einfach nochmal ein, zwei mehr Chancen rausspielen musst, wenn du dieses Tor auf jeden Fall machst, aber die Chancen haben wir an sich. Das darf man nicht vergessen, wir haben die Chancen, wir haben den Ball bis jetzt, wir sind nur vor allem ja, ich nehme seinen Spruch wieder von vor paar Wochen, seitdem es quasi immer up and down geht jetzt, wir können uns nur selber ein Bein stellen, das machen wir, jede Woche aufs Neue stellen wir uns ein Bein, jede Woche aufs Neue. Wir fangen mit dem ersten Ding in Darmstadt, fangen wir uns das Tor, was du dir so nicht fangen musst. Bredow muss ja nicht so komisch auf den Meterpunkt rumhampeln und ewig aus dem Tor rausstehen, der Darmsteller platziert ihn auch schön rein, den muss man nicht unbedingt machen von da, plus der Phillips muss sich da nicht so abkochen lassen. Da machen wir uns 1-1 durch Sosa, was zu dem Zeitpunkt, ja, er selber war nicht so besonders, aber es ist halt unser Problem, da muss der weiter daran arbeiten, dass wir nach diesem ersten Gegentor vom Gegner nicht direkt einbrechen aus irgendwelchen Gründen, das sehe ich sowieso nicht, warum wir gegen irgendeinen Gegner in der zweiten Liga nach einem Gegentor einbrechen sollten mit der Spielweise, raffe ich nicht, was da, warum, so, wir haben immer noch einen besseren Kader, können, wenn wir es wollen, immer noch besser Fußball spielen als fast jedes Team in der zweiten Liga, warum knicken wir nach direkt jedem ersten Gegentor direkt ein und können uns quasi als Fan schon damit abschünden, okay, wirklich mehr als ein 1-1 wird es nicht. Das war jetzt nunmehr klar, der andere Fall, aber nunmehr ist halt auch da unten gerade richtig, wir haben einfach auch die Scheiße am Fuß kleben, da rutscht schon auch so ein komisch spazierter Schuss vom Förster mal einfach durch die Beine durch, was auch so ein Ding ist. Förster, also von denen, ich glaube, zwei, drei Chancen, die er hatte, auch jedes Mal gefühlt immer so 11, 12 Meter Freivollkiste, muss halt einfach einmal auch reinhauen, das sind immer so, keine Ahnung, jedem Schuss von dem muss der gefühlt ein Butterbrot mitgeben, plus noch irgendein Gegenstand, der ein bisschen für Präzision sorgt, weiß nicht, wie sowas funktionieren kann, aber irgendein Gegenstand, der für Präzision sorgt, das Ding gegen KSC, das reingeflogen ist, wäre, wäre nicht abgefälscht gewesen, in Richtung Eckfahne geschossen, das Ding, dieser Schuss gegen Nürnberg muss er einfach nur ganz, ganz ruhig, steht frei vom Keeper, kann sich eine Ecke auswählen, welche er reinschiebt, was macht er, schiebt komisch, hoppelnd in die Mitte und zum Glück geht er durch den Keeper durch die Hosenladen und auch das jetzt, nicht gestern, das am Montag jetzt wieder, das waren Schüsse, wenn da ein Gommisch steht zum Beispiel, der macht die oder wenn da sonst wer steht, wen haben wir da jetzt, Hamburg oder sowas, hinterseher Harnik oder so, ja, bestes Beispiel, klar, Kloß, Vogels haben wir von, von Bielefeld, die machen die halt, fertig aus, aber damit werden wir jetzt sowieso nichts zu tun haben oder zumindest solche Förster-Schüsschen sehen wir dieses Wochenende sowieso nicht mehr, da er ja in Darmstadt sich seine fünfte Gelbe abgeholt hat, auch ein Gommis, klar, das Absetzteil war auch wieder, ja, fragwürdig, aber den hat er schön gemacht und auch eine richtig geile Flanke von Sosa, das war mal richtig schön rausgespielt, sowas, können wir an sich auch, weil diesmal zwei Zentimeter oder was auch immer da für Abseits halt leider, aber da hat auch Gommis da, ich glaube noch vor der Absetzsituation noch eine Chance gehabt, wo er auf 16 Meter Marke am 16er steht und quasi freie Schussposition hat und dann halt aus irgendwelchen Gründen sich nach hinten lehnt und den Ball halt mit Rückenlage drüberjagt und dann hat Förster noch mal einen Schuss, der geht sogar an den Pfosten, der war auch wieder komplett läppsch geschossen und danach hat Kasibar gut, der hat Keeper quasi in die falsche Ecke geschickt, scheint noch leider dooferweise noch ein gegnerischer Spieler im Weg, der wäre an sich reingegangen, kein Problem mit dem Schuss, aber wir haben die Chancen, daran kann man nicht zweifeln, wir haben die Chancen, wir werden es ja auch Hannover wieder haben und ich sage es euch, wenn wir jetzt diese dummen Abwehrfehler einfach mal lassen, wenn wir so spielen, wie wir es schon manchmal geschaffen in der Liga und einfach in Führung gehen, dann haben wir auch meistens das Spiel zumindest mal nicht mehr verloren, weil wenn wir in Führung gehen, können wir den Stil richtig schön weitermachen, das heißt wir müssen einfach mal daran ansetzen, nicht direkt mit dem ersten Ding, direkt das Gegentour zu kassieren, sondern einfach mal mit unserer ersten Chance, die wir ja meistens noch vor dem Gegner haben, wir haben meistens noch vor dem Gegner unsere erste Chance, außer wir machen so einen schönen Sekundenschlaf wie in Sandhausen beispielsweise, aber dann einfach die erste Chance von uns nutzen, genauso eiskalt und rotzfrech sein wie der Gegner, dann können wir unseren Spielstil weiterspielen, wenn wir 1-0 führen in Hannover, dann gewinnen wir das Spiel oder spielen wir zumindest mal unschieben und verlieren dieses Spiel nicht mehr, wenn wir schon wieder direkt das 1-0 kassieren und danach wieder so eine Chancenverwertung an Tag, wir werden in Hannover wieder sicherlich 3-4 Chancen haben, wenn du davon 2 Stück machst von den 3-4 Chancen, 2 Stück machst von 3-4 guten Chancen, sage ich jetzt mal, was ja durchaus machbar ist mit den Jungs, die wir vorne drin haben, dann gewinnst du in Hannover, da reichen 2 Tore, wenn du gescheit verteilst, wir haben ja nicht, wir haben auch in Darbstadt nicht viele Chancen zugelassen, haben wir nicht, haben wir einfach nicht, die hatten glaube ich noch eine Chance, die quasi dann direkt wieder keine Chance wurde, weil der Abschluss so schlecht war, aber sonst hatten die nichts großartig außer dem Tor, wir hatten 3-4 relativ dicke Dinger, Pfosten, nochmal knapp daneben von ihm, Gomez drüber gejagt, die Millimeter-Abseits-Entscheidung, ja, wir hatten die Chancen und die Tore eingerechnet, das Tore, kann man ja immer das Tor auch als Chance werten quasi, als erfolgreiche Chance, sag ich jetzt mal, wir haben sie, wir müssen sie ja nur einfach nutzen, deswegen, Tipp in Hannover, wir werden dieses Scheißspiel schon irgendwie gewinnen, es ist mir egal, wie wir dieses Dreckspiel schon irgendwie gewinnen, ich hoffe, dass es einfach zu einer richtigen Kontrareaktion kommt, worauf wir ja schon lange warten, worauf ich auch schon lange hoffe, weil die Spiele jetzt in letzter Zeit zugegebenermaßen halt echt jedes Mal gefühlt austauschbar waren, die waren jedes Mal aufs Neue genau dasselbe System, deswegen war es auch gerade keinen Spaß, das anzugucken, aber wenn wir in Hannover mit der ersten Chance, mit der ersten schönen Flanke von Sosa, Gomez oder wer auch immer da vorne spielt, das Ding einnickt nach zwölf Minuten, dreizehn Minuten, dann wird man am Samstag ein relativ entspanntes, schönes Ausdurchspiel in Hannover haben, vielleicht noch das zweite nachlegen und dann 0-1, 0-2, 1-2, sonst was in Hannover gewinnen. Aber dafür müssen wir halt die von mir gerade wieder extrem langen besprochenen Dinge einfach tun, die man von uns auch erwarten kann. Gescheites Abwehrverhalten, nicht direkt einbrechen und unsere Chancen nutzen, weil die Qualität haben wir. Und dann bedanke mich fürs Zuhören und bis zur Review, bis zum Trailer, bis zu egal was auch immer ihr euch jetzt als nächstes von mir anhört, anschaut, sonst was und dann auf einen Aussatzsieg zum Abschluss von 2019. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt hier quasi zur Normalität wird, aber ich melde mich jetzt gerade nochmal quasi nach der Abmoderation melde ich mich gerade nochmal, da sich noch ein bisschen was entwickelt hatte. Erstens habe ich noch einen weiteren Funfact oder Statistik Bullshit nenne ich jetzt einfach mal diese Kategorie oder sowas, oder Statistik geblankt, wie habe ich es vorhin genannt, keine Ahnung, beziehungsweise was heißt vorhin, gestern Abend genannt. Das ist das Gute, wenn man schon etwas früher aufnimmt, kann man auch noch was hinzufügen. Das nehme ich öfter, jetzt tatsächlich auch schon der Fall von der zweiten Liga, das hätte mir eigentlich auch einfallen können, weil es bei uns in der Sessort zum Beispiel auch so war. Der dritte Platz aufgestiegen ist und der erste nicht. Das war bei uns zum Beispiel das perfekte Beispiel. Wir waren damals Dritter, Hannover Zweiter meine ich und dann Braunschweig Erster. Hannover als Zweiter ist aufgestiegen, wir sind als Erster aufgestiegen und Braunschweig hat eine Reaktion auf dem dritten Platz damals, boah, ich meine gegen Wolfsburg verloren. Nur das so als kleiner Fakt am Rande. und zu diesen Kicker-Gerüchten heute Morgen, also heute Morgen meine ich den Donnerstagmorgen, Donnerstagabend, weil das Ding jetzt ja auch dann final auf Spotify und so weiter hochgeladen werden, hat sich Hitzberger dazu geäußert mit seinem Twitter-Account, der echt sehr frische Luft hier reinbringt, dass da einer vom VfB auch wirklich sich immer wieder meldet, auch Social-Media-mäßig dabei ist, der geschrieben hat, hier, da wurde wieder munter drauf losspekuliert, das geht um diesen Kicker-Artikel mit schwarzen Anfang, dass die anscheinend bereitstehen würden, da wurde wieder munter drauf losspekuliert, ziemlich viel Falsche in dem Artikel, aber gibt den Fans was im Diskutieren, reicht ja scheinbar, Name-Dropping at its worst, hat dann auch noch ein bisschen was geantwortet, zu, genau hier, Fake News, wo einer nur was geschrieben hat zum Thema, das Anfang Kandidat sein soll, und ist da halt auch auf drei, vier von solchen nach dem Motto, bei diesen Trainer-Sachen oder bei diesen Trainer-Gerüchten und wer da anscheinend Schlange steht, könnte ich anfangen zu kotzen, hat da überall quasi geantwortet, Fake News, ich weiß vom Kicker, ich weiß, ist trotzdem falsch und so weiter, klar, und er hat auch geschrieben, hätte auch gerne Ruhe und Konstellation aufs Spiel, wenn aber Namen frei erfunden werden, dann habe ich da keinen Bock drauf, also gut, dass ich mich gemeldet hatte, Hitzesberger, das beendet auch damit meinen Podcast, ich bedanke mich fürs Zuhören und ja, würde dann sagen, wir hören uns, sehen uns in einem weiteren Video von mir wieder. und in diesem absoluten Tohuwa-Bohu-Podcast hier, habe ich, weil ich das erste Mal ein bisschen was am Schnitt quasi machen müssen, weil es nicht völlig durcheinander ist und ich mich hier vier- oder fünfmal gefühlt quasi verabschiede und bla bla bla, weil jetzt immer wieder was Neues kommt, aber jetzt lasse ich es auch final so, weil ich jag den Podcast dann gleich raus, beziehungsweise ja, gleich oder halt nehme keine neuen Informationen mehr quasi mit auf, weil die neuen Informationen, die ich jetzt noch einbringe, sehen, dass hier Sportbild berichtet, dass wir anscheinend oder auf jeden Fall Angebote haben für Gonzales und für Gonzales und Askasi-Bar und auch für Insua scheinbar, also unsere drei Argentinier, sondern anscheinend, ja, könnte es sein, dass die uns verlassen im Winter scheinbar, ähm, für Askasi-Bar und Gonzales wollen wir jeweils mehr als 10 Millionen Euro haben, kann man machen, finde ich, okay so, und Insua hat ja auch gerade absolut keine Chance mehr, nur noch Backup, ähm, also mal gucken, ob der auch das Weite sucht und was eigentlich noch viel interessanter ist, äh, hier exklusiv VfB Insider auf Twitter, nach unserer Informationen tritt Tim Walter nach dem Manöverspiel zurück, Nachfolgerkandidaten sind um 19 Trainer Niko Willig, aber auch mit Roger Schmidt ist man in intensiven und guten Gesprächen. Ah, ja, 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 also es wird auf jeden Fall irgendeine Entscheidung gefällt vor diesem netten Spiel am Samstag, äh, nicht vor diesem netten Spiel, nach diesem netten Spiel am Samstag, vermutlich auch mittlerweile gefühlt, völlig egal wie es ausgeht, ich glaube die Entscheidung steht schon fest, egal wie das Spiel ausgeht am Ende, ähm, und vor der Winterpause wird uns auf jeden Fall eine Entscheidung mitgeteilt, ob wir jetzt mit Walter weitermachen, wie es ja eher mal so von Hitzesberger mit seinen Tweets so ein bisschen klingt, oder halt Walter hört auf, im Sinne von wird rausgeschmissen, wegen Zoff und Labla und geht quasi, quasi, ja, mit einem Fadenbeigeschmack oder er geht quasi mit dem Beigeschmack nach so einem okay, geil, ihr habt den Trainer rausgemobbt und er tritt quasi, äh, äh, zurück quasi, in dem Stil, dass man merkt, dass er quasi rausgemobbt wurde und einfach das nicht mehr machen will, so, oder er tritt dann so zurück, wenn er überhaupt zurücktritt, ich nehme jetzt einfach mal dieses, äh, Gerücht einfach jetzt hier mit auf, oder er tritt halt quasi beleidigte Leber, beleidigte Leberwurst mäßig zurück und sagt, jo, nee, ich werde dir nicht genügend gewürdigt, das muss ich mir nicht geben, da bin ich mir selbst quasi zu wichtig, so nach dem Motto und tritt deswegen zurück, äh, egal was entschieden wird, ich hoffe, dass es einfach, wie immer zum Wohle des VfB ist und das ist alles, ja, gescheit Abläufe, wir kennen es oft genug mit den Trainerentlassungen, die ja irgendwie scheinbar an Telefon oder per Telefon und sowas dann, äh, oder gefühlt per Nachricht oder sowas überbracht werden und sowas, ich hoffe, das geht alles ein bisschen, wenn man schon in diesem schönen Jugendwort gefühlt des Jahres sind, ein bisschen ehrenvoller, äh, dann alles durch, was da passiert, was auch noch geil ist, vfb-xmess.de vom VfB eine Webseite mit tausenden verschiedenen quasi Videos von irgendwelchen Leuten, von irgendwelchen VfB-Spielen und halt die irgendwelche Weihnachtssachen oder Weihnachtsthemen-Sachen machen, ob sie jetzt singen oder sonst was oder sich verkleiden. Alter, ist das geil, müsst ihr mal durchgucken. Legendäre Nummer, Alter. Alter. Alter.